so komische geräusche fürchterlich ich speichere noch mal eben kommen erschlecken haben wir zwar alles verballert aber wir haben die wenigstens weg und die gehen uns nicht mehr auf den sack wir haben zwar keine muni mehr er gut in der pistole schrubflint ist alle was wo wo denn ich muss hier weg ich muss ich muss die kubel nutzen die kuppel 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 wieso auf einmal die dramatische musik hier ist niemand oder steht Slender irgendwo am baum und wartet er wurde werden ja so oder so gekommen wenn wir gekurbelt hätten das war ja nur so ein trigger point point of interest hallo ah jetzt bleibt die kubel hier ok oder ne jetzt haben wir sie wieder im inventar ich muss weg die musik macht keinen guten eindruck holen uah alter lass die sind ja bescheuert die kriegst du ja gar nicht mit der pistole kriegst du ja gar nicht klein ey Weil die ja so dermaßen flink sind. Mhm. Vierbeine gemoldet. Die Variante hat zwar nur geringe Gesundheit, aber läuft von allein vieren, was? Läuft auf allen vieren und ist schnell und wendig. Wenn die Kreatur innen hält, soll sie nicht lange zögern und schnell abdrücken. Toll für den Tipp, danke. Super. Nerv Giftgranaten, ja, ja. Verbessere Pistolenmunition. Geziehte Angriffe, einige Gegner haben, zerschöbere Körperteile, zerstören die Arme, um die Angriffsfähigkeit eines Gegners zu verringern oder zerstören sie Beine, um seine Bewegung zu verlangsamen. Das ist mal ein netter Tipp. Ich bin mal gespannt, wo der jetzt lädt. Okay. Der braucht ganz schön lange fürs Laden. Ah, jetzt. Na. Mhm. Ein bisschen da, wo wir gespeichert haben. Jetzt kommt die Musik wieder, ne, oder? Ja, war ja klar. Ich probiere das mal aus. Wenn der gleich angreift. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich da ein bisschen mehr mit. Aber erst mal gehen wir eine Runde kurbeln. Kurbel, kurbel. Da, 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 da. Da, da, da. So. Dramatische Musik. Noch kein Gegner da. Aber jetzt gleich. Und jetzt kommt er. Da ist er. Komm her. Komm her. Brenn du Sau. Lebt der noch? Wollte schon sagen. Ich hoffe, das war's. Höh! Höh! Alter, wie viel der aushält. Sag doch mal. Von dem Wokan her? Was ist das jetzt? Ein Safe Room. Ach du Scheiße. Hä? Wo bleibt denn der Kampf gegen Lukas? Also den Lokomotivführer. Okay. Was ist das denn? Flammenfragmente. Geil! Juhu! Munition für den Granatwerfer. Ich werd verrückt. Tausche mal mal eben. Warte. Guck mal, direkt nachladen. Zack. Zack. So. Ähm. Munition für den... Für die Flinte wär auch mal ganz nice. Ja komm, da können wir gleich welche einschmeißen. Okay. Wird schon wieder knapp unser Inventar. Ich ziehe die Kurbel mal wieder rein. Ich habe Hoffnung, dass wir sie nicht brauchen. Also in der nächsten Zeit. Ich speichere mal. Ich habe natürlich Hoffnung, dass wir sie nicht brauchen jetzt in der nächsten Zeit, die Kurbel. Also hoffe ich mal. Guck mal, da oben liegen... Sehe ich das gerade richtig? Vor unserer Nase? Guck mal, da oben. Tatsache. Warum kriegen wir denn so viel? Oh Gott. Ich will es gar nicht wissen. Warte mal. Ja, einmal Kraut. Ich hätte gerne noch ein Medi-Pick. Danke. So, das können wir ablegen. Schwere Personen-Motion. Den nutzen wir jetzt gleich mal. Hier, warte. Da unten? Was ist das denn? Und vor allem, wo? Okay. Okay. Das ist also Zoe. Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja, habe ich. Achso. Moment. Ich muss die eben holen. Warte. Hier ist noch ein neuer Rucksack. Ich muss eben die Materialien holen. Ich habe die eben links gelassen. Warte. Entschuldige. Ich war... Mir war jetzt nicht die... Ich war jetzt nicht in der Annahme, dass sie da oben sitzt. Warte mal eben. Ähm... Ähm... Bin gleich wieder da. Ähm... Der Kopf. Und dann brauchen wir noch... Äh... Wo ist der Arm? Da. So. Habe ich dabei. Huch. Ich komme wieder, Zoe. So, ich habe alles. Ich habe alles. Gib mir die Materialien für Serum. Ja. Das sollte genug sein. Können wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lucas sind nicht weit weg. Wer kommt? Der wie kommt? Gut. Wir haben genug für Zeit. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Außen ist dein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber... Deiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Wie? Was? Das Serum nehmen. Hey. Eins davon ist meins. Äh. What the fuck? Willst du mich verarschen? Unter den VR. Alter, krieg dich. Alter. Wow. Oha, hör auf damit Ja, das nervt langsam, Jack Ach, dass der Vater ist, das Jack ist das Lol Oha, nein, ich will gar nicht ins Wasser Nein, ich will nicht ins Wasser Alter, der, Alter, Jack ist das, lol Hö, wie kann ich denn mal ausweichen, Alter, das ist so unfair Aua, hör auf damit, Alter Boah, Alter, eklig Zieh doch mal was über Oha, sieht doch verboten aus Jacky, Jacky Lass das Wo ist das Auge Fuck Oh, Jack, komm, lass das sein Lass das sein, lass das, lass das sein Alter, komm, ernsthaft Ich hab deine Frau erledigt Margaret ist tot Oh, komm, ey Wow Wow Ah, ich verstehe Aua, Alter, was What the fuck Alter, was, Alter, lass das Lass das Lass, lass mich los Lass mich doch, Alter Willst du mich verarschen Boah, bist du hässlich Wo muss ich ihn treffen, wo denn Ist das egal, wo? Ah, da, da hinten hat er noch ein Auge Ich seh es, ich seh es, ich seh es, ich seh es Halt still, Mann Alter, halt doch mal Alter, ja, natürlich Ja, geh doch Geh doch einfach mal Seelenruhig die Treppe runter Oh, die Leiter Lalalalala Morgen ist ja auch schon wieder Feiertag Oh, Mann Oh, nein Huch Gib deinen scheiß fucking Auge Du musst mal zum Optiker, Alter So Vielmann hat angerufen Du sollst einen neuen Sehtest machen Ja Geh weg, lass mich Du stinkst, na Maggi Aua, lass das Geh mal aus der Sonne Äh, Ethan Ethan Der hat dann immer noch drauf Lol Der hat dann auch noch ein Auge, ne? Kann das sein? Jetzt haut er mich Ja, war klar War klar Wo ist denn sein scheiß Kackauge da hinten? Ich glaube, ein Auge hat er noch am Fuß. La 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 la. Ich habe keine Zeit für dich. Du Spass. So. La 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 Lass das Lass es sein Lass es sein Oh komm ernsthaft Wo ist denn sein kacklitzes Auge Oh man ernsthaft Ah da 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 Nein fall doch nicht runter Oh du bist so hohl Ja ist doch gut Lass mich los Na später vielleicht Ich hab kein Medipack mehr Oh fuck genau andere Seite Oh nein Oh nein Oh lass doch Oh geh doch an die Seite Ich brauch ein Medipack Jack 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 Ich brauch ein Medipack Alter noch ein kack Auge Kann ich noch irgendwas herstellen O What the fuck? Jetzt habe ich alles gesehen. Ja. Und jetzt bleib endlich tot. Alter. Ethan, hier. Ja. What the fuck? Wieso bleibt er nicht tot? Du, du willst, dass ich ihn heile? Geht's dir gut? Ja. Komm schon. Mia wartet auf uns. Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss das kacken. Noch der... Oh Gott. Oh nein, ich habe eine schlimme Befürchtung. Oh nein. Oh mein Gott. What the fuck, Alter? Was ist ein Kampf? Der Vater, Alter. Komm, Jack, noch mal wieder in so einer riesigen Gestalt. Ist ja unfassbar. Alter Schwede. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Oh ne, komm. Ernsthaft? Oh, wie gemein ist das denn? Ach, hör auf. Die sieht ein bisschen aus wie Nena, ne? Muss ich sagen. Nein, nein, nein. Nicht Luftballons. Alter, ohne Scheiß. Ach komm, das kann das Spiel auch nicht von mir verlangen, dass ich jetzt entscheide. Boah. Boah, ich weiß nicht. Ich kenne sie zu wenig. Einerseits tut sie mir auch leid. Andererseits Mia ist unsere Freundin. Wir haben sie drei Jahre, waren auf der Suche nach ihr, haben sie jetzt gerettet. Sie wird hier wahrscheinlich zugrunde gehen, aber sie hat es überlebt. Drei Jahre lang oder länger, je nachdem wie lange es schon hier lief. Also wird sie auch weiterhin vermutlich mal es schaffen. Na, komm. Ist es okay? Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht's? Geht schon, ihr beiden! Nein. Nein. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Wir sind jetzt auf Hause. Oh nein. Ich bin hierhin. Oh, wie gemein. Ich will eine Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemanden zum Helfen mehr hier sein. Nein. 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 Oh man, tut mir jetzt voll leid, die Zoe. Ohne Scheiß. Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia. Ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch. Ich will nur die Wahrheit wissen. Jason, ich erinnere mich wirklich nicht. Ich versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? What the fuck? Du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? denn ich habe das gefühl wir uns falsch entschieden jetzt spielen wir mia und eine stimme sagte zu uns mami hier lang ich würde sagen das ist ein guter zeitpunkt um hier jetzt die katze machen ich weiß es gemein und ist spannend aber ich würde sagen wir spielen hier nächstes mal weiter und ja ich mach mal hier ein päuschen so warte mal